Hallo, mein Name ist Moritz Stockmeier. Ich bin seit etwas mehr als 12 Jahren bei Mercedes-AMG. Ich leite hier die Abteilung für Powertrain-Softwareentwicklung und Fahrbarkeit. Christoph Söllner, ich bin seit knapp 10 Jahren bei AMG, aktuell als Teamleiter Technologiekonzepte in der Powertrain-Entwicklung. Ich bin die Linda Schierling, seit 5 Jahren bei der AMG und aktuell in der Getriebeapplikation tätig. Bei der AMG habe ich seinerzeit als Entwicklungsingenieur für Getriebesoftware angefangen. Später dann habe ich die Leitung der kompletten Getriebesoftwareentwicklung für die Getriebe mit der nassen Anfahrkupplung übernommen. Diese nasse Anfahrkupplung ist ein AMG-Spezifikum, das hat sonst niemand auf der Welt. Ich habe damals als Praktikantin angefangen, habe danach meine Diplomarbeit geschrieben und bin dann als Trainee über den AMG Passion Pool eingestiegen. Ich hatte die Möglichkeit, mich durch abwechslungsreiche Arbeitsgebiete stetig weiterzuentwickeln. Bei AMG zu arbeiten ist kein 9-to-5-Job. Hier braucht es unwahrscheinlich viel Enthusiasmus. Wir können bei AMG schneller sein, einfach weil wir uns durch die kurzen Wege effizienter austauschen können. Wir können so die richtigen Entscheidungen treffen und unsere Themen vorwärts bringen. Teamwork ist für mich, miteinander ein Ziel zu verfolgen. Man muss sich einfach aufeinander verlassen können. Und bei uns machen wir das, mit einem besonderen Spirit. Wenn einer mal erleben will, was flache Hierarchien wirklich sind, dann ist er bei uns genau richtig. Future Performance bedeutet für uns, die Zukunft der performanceorientierten Mobilität zu gestalten. In meiner Abteilung konzentrieren wir uns auf die Powertrain-Software und die Fahrbarkeit. Auch mit der Hybridisierung wollen wir die Grenzen des Machbaren von allen Seiten betrachten und neu definieren. AMG als Arbeitgeber bedeutet in erster Linie, du hast eine Riesenverantwortung. Das wird immer wieder gesagt, aber genau so ist es. Manchmal werden wir als Tuner bezeichnet, aber das sind wir definitiv nicht. Wir sind die Sportwagen- und Performance-Marke von Mercedes-Benz. Und mit dem SLS und dem GT haben wir unsere Entwicklungskompetenz bereits bewiesen. Bei AMG gibt es definitiv den Willen, unkonventionelle und innovative Wege zu gehen, alles zu erreichen, was wir wollen. Wir suchen unerschrockene Leute mit einem Fable für Software. Offene Menschen, die Bock drauf haben, hier zu arbeiten. Wir brauchen Leute mit Benzin im Blut. Wir brauchen schon Leute mit Automotive-Background. Und natürlich hilft es auch, sich mit den Mobilitätsanforderungen von morgen und zukünftigen Technologien in den Bereichen Elektrifizierung und Digitalisierung beschäftigt zu haben. Aktuell suchen wir ein AMG-Teamleiter OBD-Dauerlauf. Hier verantwortest du als Teamleiter Fragestellungen rund um die OBD. Als Entwicklungsingenieur Motorapplikation planst und koordinierst du Entwicklungen und applizierst an Motorsteuergeräten. Solltest du dich mit der Entwicklung und Absicherung von Funktionen zur funktionalen Sicherheit im Powertrain auskennen, dann ist die Stelle AMG Entwicklungsingenieur Fusi Engineering Hybrid genau das Richtige für dich.